lade ich jetzt einfach meinen letzten spielstand habe ich gesagt so schwachsinnige scheiße habe ich keinen bock alter weißt du brauchst wahrscheinlich eine missgestaltete verfickte missgeburt an kokosnuss und du kriegst keine nur um wasser von a nach b tragen zu müssen wie schwachsinnig ist das denn das ist so fucking unlogisch was sagt die fucking uhr meine fresse und 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wieso kann ich die Scheiße jetzt nicht aufheben? Wieso habe ich die Scheiße noch nicht? Wieso kann ich die Scheiße noch nicht aufheben? Weil hier steht ja eindeutig das Symbol Wasser zufügen. Oh nein! Da habe ich keinen Bock drauf! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Stock! 4 Stock! 4 Stock! Okay! Ah, das ist 3 Stock! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da habe ich noch mal 3 Stock! Da habe ich mal 3 Stock! Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 ich kann da kein dach aufbauen als abdeckung ok ok dem dach kann ich aber auch setzen ich hatte es ja eigentlich so ein feuer was zu es es Das war's. 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 muss ich mal das nächste mal steine suchen als denke dass ich das hier auf multiplayer spielen dass ich das hier wahrscheinlich ist mein weiß mein bestnehmen werde und das ist jetzt das feuer ist in dem sie denn praktisch von links von hinten und von rechts geschützt und so ist es dann auch gut aber du bist voll okay wenn ich mal hier ok so noch ein paar minutchen und auch bei kaputt herstellen ich weiß noch mal handbohrer mal mit dem kleinen aber nämlich davon nicht 2 und schlafen noch mal ein Moment was reicht sammeln und dann haben wir nämlich wieder Lagerfeuer und dann schlafen wir wieder und dann noch mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein sehr schönes Wettbewerb. Na, einmal auskotzen. Schlafen wir noch mal kurz. Schlafen wir noch mal kurz. Schlafen wir noch kurz. Schlafen wir noch kurz. Schlafen wir noch kurz. Hallo, wo ist man neben dem Ofen? Da war auch gerade irgendwo hier. Jetzt geht es mal mit dem Schiff. Soll ich da die Schiff. Soll ich das so einfach mal. Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, cool, cool. Oh, we got it. da sind wir auf langs ungefähr dauert einmal knochen vorne aber dann herstellen kochmesser erweitern herstellen du hast es nicht was du hast was fand das gerade ja 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 Was ist das? kann man erst mal wenn es nicht schlafen ist das heute auch komplett ausgedampft ist das noch erweitern sammeln erweitern ok ich mach mal ein mit sammeln knochen knochen naden das ist doch mal was schickes herstellen knochen kann ich kann mir also knochenhaken kann ich erstellen ich muss mal kurz warten bis es Ja, ich weiß. Gut, drei dreimal, dann verpasst ich es da. Da kann ich ein großes Lagerfeuer reinsetzen. Steinspeer, okay. Kleines Feuer hoch. Knochen, Messer, Knochen und Seil, Steinspeer, langer Stock, Steinklinge und Seil, Knochenhaken. Ach. Das ist jetzt halt ein kleiner Bereich, wo man jetzt was machen kann und hier ist halt der größere Bereich, also das ist ein bisschen doof, ne. Aber so kann man sich zum Beispiel noch reinsetzen oder sowas. Das ist nett. Das ist jetztoute nicht so gut. Was ist das? 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 Hier einmal kurz. Gut, hat's hier los. Gut, ich habe ja gespeichert. Und dann mache ich dann auch... Ich wollte erst mal Schluss und sage, danke fürs Zugucken. Und dann, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne schreiben. Vielleicht sind in den nächsten Folgen auch schon welche vielleicht an dieser Stelle dabei. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich erst mal fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.